Das kommende Album von Angelo Kelly und Family trägt den Titel The Last Show. Das Album erscheint voraussichtlich am 16. Dezember über das Label Elektrola. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.